Einverstanden, Just. Demnächst zu Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erika ist nebenan. Sie schreibt einen Brief. Los, komm! Da ist sie ja! Erika! Oh nein. Was ist das denn? Merlot, was meinen Sie, Monsieur? Na, dieser, dieser, dieser Unfall auf meinem Kopf. Monsieur, ich habe nur befolgt meine Auftrag. Ach ja? Und was für ein Auftrag soll das sein? Wie die schlimmste Dorfdeppfrisur des Jahres zu verpassen, oder was? No, no. Es handelte sich um eine absolut präzise Anweisung. Das ist ja furchtbar. Anweisung hin, Anweisung her. Also, diese Katastrophe muss sofort rückgängig gemacht werden. Aber Monsieur... Wie sieht denn das aus?